Die USA und Wales trennen sich 1 zu 1 und das ist somit das erste Unentschieden dieser Weltmeisterschaft. Das ist ein leistungsgerechtes Unentschieden. Die USA war im ersten Durchgang deutlich überlegen, sind auch verdient durch Way mit 1 zu 0 in Führung gegangen, war super rausgespielt, bei weitem kein Abseits und der Abschluss ist einfach nur eiskalt und super gemacht. Wales muss sich einfach vorwerfen im ersten Durchgang zu wenig getan zu haben und da braucht man sich dann auch nicht beschneiden, weil man mit 1 zu 0 in die Pause geht. Die USA hätte vielleicht auf 2 zu 0 erhöhen müssen, um klarere Verhältnisse zu schaffen, haben sie aber nicht getan, so blieb das Ganze natürlich bis zum Schluss spannend und Wales hat in der zweiten Halbzeit, finde ich, viel mehr Gas gegeben als vorher und haben es sich natürlich verdient, das Tor zu schießen, aber es wollte einfach nicht fallen. Bis dann dieser Elfmeter fiel und in der 82. Minute Gareth Bale zum Ausgleich traf und das war zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, verdient, weil Wales wirklich sehr, sehr viel getan hat. Danach würde ich sagen, es hätte eine Einzelaktion entscheiden können, jeweils auf den Seiten der USA oder bei den Walisern, die auch Kontermöglichkeiten hatten, genauso wie die USA. Und sicherlich hätten beide Mannschaften vielleicht noch das 2-1 machen können, aber im Gesamten würde ich sagen, ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden und ich bin gespannt, was die beiden Teams noch in der Gruppenphase veranstalten werden. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, Abonniere nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video. Ciao und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Abonniere nicht!